So, jetzt der erste Flugbericht live und ungefiltert. Manni, du sprichst jetzt live. Dein erster Eindruck? Das ist jetzt live? Das ist live. Also, der Schirm ist besser als ich dachte. Ja. Er macht einen sehr guten Eindruck. Ja. Er fliegt sehr ruhig. Ja. Er hat einen super Gleitwinkel, auch an dem Wetter ein bisschen liegt. Aber es kommt mir so vor, als wäre er einfach, ja, es würde er länger fliegen, weiß ich nicht. Ja, war sehr lang der Flug. Aber der gefällt mir. Es ist ein schöner Schirm. Also geschätzte fünf Minuten. Ja, ja, ja. Er findet auch den Landepunkt von alleine nur, der liegt eben noch nicht. Und eins würde ich noch sagen. Ja, bitte? Also gerade wenn man durch das Unsichtbare fliegt, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also intuitiv bin ich da durchgekommen. Mentalsteuerung. Was ja, Mentalsteuerung, was ja mit dem Nova gar nicht geht. Ja, aber null, null, nix. Ja, also den Nova, das war eine schöne Zeit mit Nova. Ich habe den Nova lieb. Ja, aber jetzt gehen wir fremd. Den auch schon ein bisschen. Okay, danke.